Astrid Lorenz! Astrid Lorenz, meine Damen und Herren! Astrid Lorenz! Wir sind in wieviel Monaten? Nächsten Monat. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Sie können nichts tun. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht? Das Kind nicht zu bekommen? Er ist mit deiner Mutter da drüber, aber nicht mit mir! Willst du hin? Wir tun das Kind doch! Ich muss jetzt keine vorschnellentscheidung haben. Hör auf! So ein Kind, das ist ein Full-Time-Jump. Da ist keine Bühne hier! Wir sind daisiin, das ist ein Kind. Das Kind, das ist ein Kind, das ist ein Kind. Wir stimmen euch immer darauf, wenn ich jetzt möchte. Es ist ein Teil.